und da ist er wieder der böse mann der was den cliffhanger vorbereitet hat ausgezeichnet und jetzt lüften wir das geheimnis sehr schön eine ruft und gleich mal erfassen muss man mitnehmen das scheint nicht zu funktionieren der schluss mit dem druck bei den musste sehr vorsichtig sein vielleicht kann ich sie ja deaktivieren ja aber wie wir aktivieren kristall was hat uns an den viel weiter braucht der cliffhanger war jetzt eigentlich früher sonst wir schauen wir mal nein das ist ja bitter wir schauen in die umgebung irgendwas aufploppt und zuploppt und hin und her ploppt ja gut dann müssen wir da mal wir können da jetzt leere fass rein tun ja können wir und wir können ein volles fass aus dem leeren fass machen und somit ist das himmelbett auch wieder zu gut dann gehen wir da und jetzt haben wir ein volles fass was wir da und jetzt können wir runtergehen hallo wir haben da gleich mal ein lichtlein ok 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 was haben wir da ein stoff mit dem kann man sich ja die schüler um putzen das was mal just in diesem moment tun da muss ja noch irgendwas sein oder mal aufpassen wird da sehe ich nichts nein 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 schauen wir mal um mich und schauen wir da ein bisschen Gut, tut sich auch nichts, gut, ist akzeptiert, aber sauber, mhm, logisch, wow, das war echt schwer. Sehr gut, ein komisches Schild, ein, ah, so, das Schild haben wir drückt, ok. Ups, nein, muss ich auch nicht, muss ich auch nicht sehen, oder? Ok. Nö, da gibt es nichts. Oh, das sieht es auch nicht von aus an. Das ist ja so viel verpasst, das ist eigentlich nicht wurscht, so. Wir haben ein Schild, dieses Schild können wir da her tun. Alles klar, jetzt haben wir Licht. Wir haben eine Schlange. Ok. Ich muss sie verschwischen. Da, Schlange. Da. Na. Aha. War das so kurz noch verlaust. Ok. 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 Ähm. Was haben wir da so schönes? Aha. Da haben wir ein, äh, ich brauche einen Griff dafür. Ok. Alles klar. Eine Fackel. Eine Fackel, die ich aber erst entzünden muss. Und da füllen wir, ähm, ein Symbol. Ah, da füllen wir die drei Kristalle. Ok. Hab ich verstanden. Dann schauen wir mal dahinten. Was haben wir da? Uh. I'll never give myself up to you. Oh, you will, little bird. Because if you refuse, I'll punish your family. Starting with your nosey sister. I won't let this happen. Ja, das werden wir natürlich nicht zulassen. Wir müssen nur schauen, wie wir da... Können wir da Kerl um mich werfen? Nein, können wir natürlich nicht. Wir müssen natürlich schauen, wie wir da weiterkommen. Wir brauchen jetzt einmal Feuer. Feuer, 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 Feuer. Wir fahren einmal zurück. FIFA, Feuer. Lass mich doch das Feuer machen. FIFA, Feuer. Das Feuer ist schön. Wo haben wir Feuer? Tiefer Feuer. Da haben wir auch kein Feuer. Da haben wir auch kein Feuer. Wir können nur immer ein Schlafzimmer auf. Wo wir aber nichts machen können. Natürlich. Warum sollten wir auch was machen können hier? Da können wir auch nichts machen. Wahrscheinlich werden wir da aber noch irgendwas übersehen haben, was wir auch klicken könnten. Irgendeine Verwandlung oder so. Wahrscheinlich. Wäre ja logisch. Okay, da gibt's kein Feuer. Ja. 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 Niemals. Ah, warte mal. Wir kennen ja da unsere Fakleinheiten. Na, kennen wir natürlich nicht. Tuch. Was für ein... Frevel das zu glauben. Das Problem ist, da ist nichts Feuer. Hm. Da muss ja irgendwo... Kann man mit dem Kelch vielleicht auch noch ein bisschen was mehr machen. Nein. Nein. Es muss ja aber irgendwas da mit zu tun haben. Aber anscheinend. Ich kann ja das... Scheiß nicht so unterschlagen. Und dann scheiß wie ich ein Pech auf dem Kumpfersen. Warte mal rein. Wir kennen ja den Hebel. Na, wir kennen da auch nichts mehr damit. Ähm, wie kriegen wir das auf? Das ist jetzt die allgemein gute Frage. Ja. Wir müssen... Bestimmt das gerade. Aber es ist zu weit weg. Ja, dann müssen wir es halt aufmachen. Irgendwie. Da geht nix. Wir müssen... Da, 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 da. Ah, Feuer, 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 Feuer. Ja. Und einige Fragmenteile fehlen. Na, war ja klar, dass da irgendwelche Fragmenteile fehlen. Das ist der Baum. Jawohl, wissen wir schon. Hm. Gluck, 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 gluck. Das haben wir auch fertig. Das haben wir auch fertig. Da. Wäre ja noch was, aber da kommen wir natürlich nicht rein. Warum auch? Warum sollte ich das tun können? In der Gruft ist nichts zu tun. Zum Turm. Zum Turm. Sag mal, ich habe eine Karte. Achso, wir haben das ja natürlich ausgeschalten. Warum? Warum tue ich sowas? Ich weiß nicht. Die Kluft. Aktueller Standort. Warum tue ich sowas? Gehen wir da her. Da muss man ja irgendwie... Kann man natürlich auch nicht. Jetzt sind wir wahrscheinlich durch die ganze Karten durch. Also, ups. Durch die ganze Karten und müssen alles durchsuchen. Da, bei ihr. Fangen wir bei ihr an. Okay, da können wir garantiert nichts mehr machen. Die Hütte. Die Hütte. Die Hütte. Die Hütte. Die Hütte. Da vielleicht. Da können wir ein Feuer. Wir könnten ja da ein Feuer mitnehmen. Aber nein. Das geht natürlich nicht. Weil wir brauchen ja... ein bestimmtes Feuer. Entschuldigung. Wir brauchen ja ein bestimmtes Feuer. Wir brauchen natürlich ein bestimmtes Feuer. Und ähm... Welches Feuer, das wissen natürlich nur die Götter. Und da können wir auch nirgends hin. Da können wir auch nirgends hin. Wir klicken uns da freundlich durch. Aber soweit auch nirgends hin. Können wir da mit dem Mondlicht ein Feuer machen? Nein, können wir auch nirgends. Da muss aber noch was sein, weil sonst könnt ihr ja nicht einige, oder? Bin ich ja immer der Meinung, es geht nur, weil da sich noch was umwandeln würde. Ah, da sehen wir nur, wie die Pflanze sie empor bringt. Äh... Wir schauen kurz. Äh... Might be the blade. Karte. Nein, nicht die ist da zurück. Karte. Äh... In die Gruft. Da zurück. Katze. Machen wir mal da. Okay. Okay, 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 okay. Ich sehe sie ein. Ich hab da einen Fehler gemacht. Ich hab immer nur zu dem Tor auf. Ah... Ich hab immer nur zu dem Tor auf. Na... Na... Wir haben vielleicht irgendwie Feuermachen los. Na... Hm... Da vielleicht? Na... Ja... 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 Nein... Das haben wir nachher wieder da. Da geht auch nix mit Feuer. Da geht auch nix mit Feuer. Da geht auch nix mit Feuer. Wir gehen wieder ans Druck. Wir gehen in die Windmühle. in wie. Da hätt wir natürlich einen Haufen Feuer, aber das Feuer ist nicht das richtige Feuer. Wir brauchen ein ganz spezielles Feuer brauchen wir. Wir brauchen ein sogenanntes Ultra Feuer. Da oben. Na gut... Wir können das über, was ist mehr auch nix? Äh... Brauchen wir wieder... Feuer, 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 Feuer... Feuer, Feuer. Nics Feuer. Da... Feuer, 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 Feuer... Feuer, 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 Feuer..., Feuer, 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 Feuer feu- feuer nichts mit feuer da gibt es auch nichts mit feuer 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 vielleicht doch vorher ein feuer 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 vielleicht haben wir doch was wir machen vorher vorher das ist ein akker feuer alles klar und zwar wieder legt doch vielleicht klein den frühleimen nach dem anet also bis zu akker feuer in der hinsicht oder feuer 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 das doch vielleicht ein feuer feuer da ist nix doch vielleicht feuer 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 wir hätten dann haufen feuer das kann man natürlich auch nicht mehr gebrochen wie gesagt ein spezielles feuer ein sehr feuer wie lange ich auf dem balkon wird das ist ein bisschen zu lösen in dem spiel da hätten wir vorher dort ist das richtige feuer dort ließ haben wir dort ausントen Seh ich auch kein Feuer. Da hätt' wir, da waren wir schon, da haben wir aber auch kein Feuer. Achso, jetzt im Wald, da waren wir schon, da waren wir überall. Wir gehen wieder in die Kruft. Entschuldigung, ist jetzt ein bisschen eine Rennerei, aber da muss man hin und wieder durch. So. Da geht der Kelch da vielleicht rauf. Nein, das scheint nicht zu funktionieren. Ist da irgendwas? Da ist was. Eine Scherbe. Wow. Mit der Scherbe, mit der Scherbe können wir jetzt... Mit der Scherbe. Mit der Scherbe können wir da schlagen. Mit der Scherbe können wir... Mit der Scherbe können wir richtig scherbige Sachen machen. Ich weiß noch nicht, was wir mit der Scherbe machen können, aber... Wir können mit der Scherbe richtig, richtig krasse Sachen machen. Ah, verdammt. Jetzt hänge ich da wieder. Die Scherbe, können wir da die Scherbe dagegen werfen? Nein, können wir da mit der Scherbe... Ich gehe mit der Scherbe das Seil wegschmeißen. So, Katze, komm her, jetzt geht's runter. Mein Gott sei Dank. Sehr brav, Katze. Schau mal ein Buch. Ich schriebe eine im Spiel. Aha. Okay. Ja, dann tue ich meinen Weg doch. 3. Mai. Die Zeit verstreicht, es sind nur noch drei von uns übrig. Bereits seit über 50 Jahren haben wir keine Novizen mehr. Bald wird unser Orden sich in den Nebel der Zeit verlieren. 13 Uhr. Bruder Matthäus ist verstorben. Ich fürchte, ich werde ihm schon bald ins Jenseits folgen. Doch zuvor müssen wir sicherstellen, dass niemand das Tor zu Finsterisklamm öffnen kann. Wir haben die Reliefstücke in der Kirche versteckt und die Kristalle unter uns aufgeteilt. Auch Matthias, möge er in Frieden ruhen, hat ein Kristall mit in sein Grab genommen. Aha. Ich habe Bruder Thomas gebeten, das Relief im Baum zu zerstören. Wir dürfen nicht zulassen, dass eine arme, ahnungslose Seele sich versehentlich der Klamm nähert. Möge uns die heilige Flamme beschützen. Und wir haben einen Monockel. Für was auch immer, aber wir haben es. Danke. Ein Monockel. Was tun wir jetzt mit dem Monockel? Füchten tun wir nicht leider. Nein. Nur so ein anderes Versuch noch. Okay. Mit dem Monockel. Monockel Monockel Was ist das? Wir müssen uns hören und so. Ich hoffe das niemals. Mit dem Monockel Monockel Monockel. das war jetzt absolut nicht beabsichtigt mit dem monocle 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 aber wir können das monocle an so an wir können das monocle an nicht zu funktionieren natürlich nicht warum auch mit dem monocle 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 ich brauche das monocle 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 was dann mit dem monocle monocle zum baum gibt es da vielleicht monocle wie sie es ist nicht monocle würdig mit dem monocle gehen wir wieder zurück keine ahnung was wir da waren monocle monocle kein sowas mit monocle anfangen ups wollte ja nicht entschuldigung ja habe ich gesehen dass ich eine sau monocle 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 so kann man nix tun ok keine monocle vielleicht so auswählen muss ja irgendwas in der kopf sein oder monocle monocle das ist das dumm ist das monocle hier garantiert Ich habe einen Plan, wie ich es lange bekomme. Wo ich den Knippel kann, ist er nicht erschlagen. Ich fahre mit dem Mondstein-Amulett gleich ab, muss ich ihn zuschmeißen. Das geht natürlich auch nicht, aber warum sollte es auch gehen? Irgendwo haben wir etwas übersehen, denn es ist zum Wunderstehen. Ich habe sie übersehen. Naja, aber ich würde sagen, wir suchen erst in der nächsten Folge weiter, was wir übersehen haben. Und somit sage ich einmal, wir sehen uns im nächsten Mal. Peace out. Peace out. Peace out. Peace out. Peace out. Peace out.